Ich habe schon Gloria vergessen, aber Sie nimmt einmal Oche dafür mehr mit. Bevor wir jetzt hier runtergehen, darf ich Ihnen was versprechen. Eine ganz tolle Darbietung von TN Boom unter der Leitung von Margarinda, dem Sänger Luigi Scarano und dem AKV Show Express. Viel Spaß, viel Vergnügen und wir gehen runter. An dem Montag im September wurde Mario einst geboren. Damals konnte keiner ahnen, dass zum Star er aus der Korn. Und so wurde aus dem Jungen, aus der Eifel schon bald ein Held. Der dem deutschen Kino-Gänger und Theaterfreund gewählt. Doch im Showbiz ein Fischbecken läuft es manchmal wie verhext. Doch mit Scham und großer Klasse hat sich Mario stets durchgesetzt. Heute Abend muss er zeigen, was als Ritter er so kann. Auch im Kino oder Fernseher, da macht er die Menschen froh. Und umrufen wir heutz' Abend. Da kapo Mario! Rufen wir da kapo Mario! Rufen wir da kapo Mario! Rufen wir da kapo Mario!